Oh, voll. Schön. IFF bestätigt. Kontakt ist Pelikanlandungsschiff. Kilo 23, Ober. Roger, wie sieht's aus? Kilo 23. Sierra 117 an Bord. Erbitten Prioritätsfreigabe. Ober. Das Deck gehört Ihnen. Erbitten Prioritätsfreigabe. Yay! Errungenschaften. Hm-hm, auch nicht. Ist leider etwas eng hier. Meldung an Commander, Ihr Ass ist im Ärmel. Hey! Sieh mal da! Nein, ey! Ein Spartan? Echt jetzt? Mach keine Scherze! Selman! Er ist hier! Wir werden doch sehen! Wo fanden Sie ihn? Macht er ein Nickerchen? Hm, natürlich. Gut Sie zu sehen, Chief. Gleichfalls, Ma'am. Zeit für Ihr Briefing. Ach, endlich Frühstück! Das ist wie feinlich. Die Schiffe des Propheten der Wahrheit haben den Mondabschnitt durchbrochen und alles zerstört. Terrestrische Verluste durch das nachfolgende Bombardement waren extrem. Der Prophet hätte überall Lande gegeben, aber seine Kräfte sind hier, Ostafrika, die Ruinen von Neu-Mombasa. Dann fingen sie an zu graben. Was ist mit Halo? Wir stoppen es, aber nur vorübergehend. Jetzt sucht der Prophet der Wahrheit nach etwas namens Arche, von wo aus er alle Halo-Ringe aktivieren kann. Wenn er Erfolg hat, wird die Menschheit, die Allianz, jedes fühlende Wesen der Galaxis... Die Ringe töten alle. Ma'am, ich habe Lord Hood. Stellen Sie durch. Gute News, Commander Kees? So gut es geht, Sir. Verstehe. Wie ist der Statusson? Grün, Sir. Gut zu hören. Der Commander hat einen guten Plan, aber ohne Sie, ich war nicht sicher, ob es klappt. Die Schiffe befinden sich an der Ausgrabungsstelle. Und die Infanterie hat Flugabwehrgeschütze in ihrem Umkreis aufgestellt. Wenn wir eines der Geschütze ausschalten, die Verteidigung schwächen... Ich ordne einen Tiefflugschlag an. Ihn Treffen, wo es schmerzt. Ich habe nur eine Handvoll Schiffe, Master Chief. Ein Risiko. Doch ich bin mir sicher... Hey, schon wieder! Notfallgeneratoren, jetzt! Schilder ausgefallen, Sie laden sich wieder auf. Sobald Sie oben sind, Kontakt mit Lord Hood herstellen. Er muss wissen... Ihr seid alle ungeziefer. Ich möchte wissen, was ihr denkt. Dein Dreck. Dass ihr dem Beschuss entkommen könnt? Nein. Eure Welt wird brennen, bis sie von Glas bedeckt ist. Nicht einmal euer Dämon wird versenkt, aus seinem Loch kriechen und unseren Übertritt verderben. Der Höhepunkt unserer Reise. Denn eure Zerstörung ist der Wille der Götter. Und ich... Ich bin Ihr Instrument. Kranker Mistkerl. Der reißt gern seinen Mund auf. Erwähnt er mich sonst auch? Geben Sie Befehl. Wir machen dicht. Ma'am? Wir kriegen einen Treffer. Alle Einheiten. Die Verletzten. Wir schaffen sie alle raus. Ich trage sie notfalls selbst. Ma'am? Squad-Anführer fragen nach einem Sammelpunkt. Wo sollen sie hin? Kämpfen. Hä? Wo sollen sie hin? Kämpfen. Ist erstmal egal, wo. Hauptsache kämpfen. Bewegungsverfänger. Sie sind entweder tot oder wir haben keinen Empfang. Keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz hier ein Fenster zumachen. Schwitschern noch welche von unseren Vögelchen. Nein, Ma'am. Moment. Die Überwachung meldet Kontakte. Phantoms. Sie nähern sich unserer Stellung. Sind irgendwelche Vögel weniger als fünf Minuten von hier weg? Wurde sie rein. Alle anderen sollen sich verteilen. Ei, ei. Hätte nicht gedacht, dass wir so viele Verwundete haben. Es wird länger dauern, die Pelikans zu beladen. Wir wussten, dass sie uns irgendwann finden. Aber wir haben einen Plan. Los, wir ziehen es durch. Diese Basis wurde für irgendeinen Krieg im 20. Jahrhundert gebraucht. Oh, da bin ich wieder. Äh, ich möchte nur mal anmerken, dass diese Eindeutschung von Pelikan auf Pelikan doof ist. Was ist der Gebiet? Oh, okay. Äh, meine Bude riecht nicht mal nach Lack. Ist das nicht gut? Hey! Ja, wir haben einen Kontrollpunkt geschafft. Sind wir nicht gut? Hm. Ich würde gerne... Warte mal, hier ist es mit dem Platz. Dieser Kampf kommt mir nicht wachs. Eintrittspunkt, genauer Lagerberecht. Hangar-Fanisch. Ist halt hier da hingekommen. Stimmt. Schief, Gebiete, schnell dorthin. Es gibt Wege. Ja, ja. Entschuldigung, ich möchte Basen immer nach oben verlassen, nicht nach unten. Gut, dieser Kanal ist sicher. Meine Feuerteams sind überfordert. Wir können die Basis nicht ewig halten. Der Hangar muss sofort für eine Evakuierung geräumt werden. Hey. Ich öffne Türen. Ah, ich habe euch geholfen. Toll. Ich habe keine Orfe. Die sind jetzt gegen die drauf gegangen. Ich habe keine Orfe. Oh Gott, der war ne Karada. Oh Gott, oh, ich hoffe so. Ich bin wieder da. Okay. Ich bin wieder da. Ich freue mich schon so auf die DM, ja. Ich hoffe da nicht so. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf schon. Ja, die DMR ist mir die Lieblingsfahrt. Also Gott. Meint ihr, es ist gut, sich hinter den Raketen zu verstecken? Raketen? Hinter den Raketen? Ja, besser als Kisten. Ich glaube, die Raketen bewegen sich. Was ist das? Mein Gott, dieser Grant, der die ganze Zeit aus der Deckung da durft. Das ist so wirklich. Ja, das große Spiel ist dort. Ja, schon. Ich glaube, keine Munition mehr. Gehen. Ich habe... Ach, da! Ja, kleinere Raketen hast du nicht gefunden, ne? Nee. Ich gebe mir so wenig Deckung. Hör auf in den Schatten, da bleibst du steigst. Ja, es geht leider nicht. Nimm lieber den LKW hier. Der Dame könnte dich wahrscheinlich so etwas bewirken. Ja, ich habe die Parole vergessen. Vergessen? Was? Ich habe die Parole vergessen. Das war fast richtig. Hab ich vergessen? Ist Teil der Parole. Aber der Rest ist anders. Bleibt noch ein Versuch. Nein, ich meinte, ich habe die Parole vergessen. Okay, aber schon wieder daneben. Es war derselbe Satz wie vorher. Ich meine es ernst. Ich kenne die Parole nicht. Nein, nein, nein. Jetzt war es ganz anders. Vorher war ein Teil richtig. Aber jetzt war es... Ich schieße ihm gleich in den Kopf. Ich weiß die Parole nicht mehr, aber jetzt muss ich unbedingt durch diese Tür. Nicht doch, Mann. Das ist doch jetzt wild geraten. Okay, das war es. Ah, stimmt. Ja. Das war ein Teil der Parole. Ich werde da jetzt was brauchen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Okay. Toll. Und jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch klappen. Nö. Ich denke mal nicht. Aber das ist... Ich wollte, ihr wollt sein Leid erlöst. Einfach die Kuppel. Hier ist noch auf der Tür. Ja, ich glaube, das Ding hört eigentlich nicht davon. Oh Gott, Granaten. Alles ist gut. Richtig weggefunden. Aber wir haben doch noch ein kleines Exakt gefunden. Okay, ich habe mal ein Sturmgewehr. Kann ich mal nicht. Vorsicht, links. Nichts ist gefährd. Sorry. Hat mein Gewehr gepontet worden denn? Nach oben scheint Party zu sein. Ja, ich habe vier drauf. Oh, war Party. Komm, alle runter. Oh nein. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich bin im Kontrollraum. Und im Kampf. Der hat einmal daneben getreten hat. Soll ich gehen? Komm. Ja, wo ist die? Äh, zwei Tretten kommen. Oh, wo ist die MG? Warte, ich will auch weiter. Tschüss. Das MG ist nicht so geil. Bringt nichts, ne? Äh, doch. Es macht schon theoretisch Schaden. Aber meins ist A explodiert und B, äh, wird man von den anderen Dingern gut zerschönen. Ähm. Hat deine Ahnung, wie man Spezialfähigkeiten einsetzt? Äh, mit Umschelte passt da. Welcher? Äh, zum Beispiel Schiff. Ich bin tot. Wow. Was? Gott, ich habe gerade irgendwie gefühlt 300 Fähigkeiten aufgesammelt. Oh, warte, mache ich komplett. Sehr schön. Oh, nicht, nicht, nicht schön. Nein. Oh, ich hing an irgendwas wieder fest, das ist so. Ich bin tot verschachtelt hier. Oh Gott, doch. Ich laufe einfach. Ich laufe. Egal, wohin. Oh, ich werde hier umgehe, direkt die Granate fliegen. Schön, wenn wir wieder da sind. Jetzt habe ich mit vier Munition. Granate. Oh, okay, das sind echt zu viele da. Ich bin tot. Ich bin tot. Was? Warum? Äh, äh. Ja, die haben geschossen und geschlagen und ich habe es nicht ausgehalten. Scheiße, ich habe meinen Weg gerade verbaut. Ist nicht schlimm. Jetzt sind wir da, alles ist gut. Ich habe einen Plasma-Schuss aufgeladen und ihn verliert, bevor du schüttelst oder was? Ja. So bei uns genauso. Ja, aber die verlieren halt so, dass man sich halt, äh, wotten kann. Ah, sehr schön. Ich glaube, die Pfeiltaste dann oben ist. Ich glaube, Alter, gerade war da noch oben. Ah, ist eigentlich nicht. Hier kommen unser Ding jetzt hier. So. Ganz ruhig. Wahrscheinlich wollen wir da auch nicht mitfliegen. Chief, zur Einsatzzentrale, im Laufschild. Das geht bestimmt gleich in die Luft. Ah, ich sehe es leider nicht. Hm, Einsatzzentrale hat er gesagt. Ich habe jemand ein Tor gewonnen. Entschuldigung. Ach da. Oh Gott. Leeren wir den Nerfpunkt da hinten. Oh, verdammt. Vielleicht nicht geportet. Ich bin jetzt durch die Tür los. Hey, hast du das gehört? Ja, und das gefällt mir nicht. Oh nein. Jetzt kommt die Tür jetzt nicht auf die Tür. Achtung. Außerhalb der Paserne wurden keine gesichert. Ne. Ihr seid genau in die andere Richtung. Oh. Na gut. Passiert schon. Ich muss aufpassen, dass ich meine Spezialfähigkeit nicht annahm benutze, wenn ich sprinten möchte. Hm. Katerne wird angegriffen. Verfittbare Kampfteams sofort in den Nerfpunkt. Was ist das Schild? Bubble? Weilung? Äh, nicht. Ich muss nur als Anmerkung für mich. An alle in der Katerne. Ich brauche einen Lagerbüch. Sofort. Sind wir hier richtig? Ja. Was ist denn mit der Ollen los? Ah, jetzt kommen die Bugs. Da! Sie kommen aus den Luftschächten! Gebt's ihnen! Gebt's ihnen! Was zum Teufel sind das für Dinger, Sergeant? Drohnen! Ein ganzer Schwarm! Bringt sie zur Strecke! Kurste kontrollierte Feuerstöße! Kurste kontrollierte Feuerstöße! Wie, wenn die sich so bewegen? Ich bin tot. Gebe ihn einfach den Befinde und sterben sollen. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. Hehehe. Nein. Wieder tot. Wow. Hi. das wären weniger mit isoband diese scheiß lüftung dazu machen fragezeichen ich guck großer fernseher sobald die evakuierung abgeschlossen ist starten sie den timer was passiert wenn man da jetzt draufsteht auf die bombe auf das ding ich weiß es nicht dann macht es auf alle fälle okay gut dann wieder ouch sagt er die brutes haben die kaserne erobert und marines sitzen darin fest diese affen haben nicht viel für gnade übrig wir beide wissen was sie mit gefangenen tun heute weiter gehen sie zu kaserne beschreien sie die männer begleiten sie sie dann zum nördlichen hangar um sie zu evakuieren die tür aufmachen ich bin mutig er sieht gegner direkt zurückgelaufen das stand nicht in meiner jobbeschreibung richtig ja äh granaten als erstes ne granaten als erstes ne granaten als erstes ne granaten als erstes ne sehr schön der ist auch tot okay ist einer mit hammer ja ich bin tot kein ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin tot ich bin wieder da ich bin wieder da erstmal der typ der hinten so ist oh nein diese granaten von den boots ja die sind so böse ja die hatte ich gerade auch okay ich hab erstmal den der hatte ekligen ja ich bin richtig gestackt mit so einer ekligen granate was ist das für ein fähiger das war's ah ich hab's gesehen ich hab's geschafft ich hab's doch 20 min zurück gewusst dann mir fällt grad auf ihr beide seid eliten bin ich auch nicht oder bin ich da ne du bist normal hehehe gönn 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 ah ja von wann du das erst mit grün ja ich seh mich eben selber nicht so oft ja das sieht man doch wie deine hände aussehen da achte ich doch nicht drauf achte ich doch nicht drauf achte ich doch nicht drauf ihr seid ja so uneröffnet das ist so ein graf luft ui sech ich bin en etage höher Ja, das ist doof da oben. Jaja, da oben sind ein paar. Okay, einer weniger. Hammer-Typ. Das ist ja nicht so der Hammer. Also, wir müssen vorsichtig sein. Ne, ich sag hier oben ist voll gefährlich. Ja, Katai ist mir direkt weg. Ich bin fast endlich da oben! Der Hammer-Typ ist tot, yay! Wie bin ich da überhaupt hochgekommen? Ja, das ist das Ding, was unten ist. Das Blaue. Ich hab das nicht mal gesehen.